Die Gesellschaft wird geblendet von der kranken Mainstream-Scheiße. Viele haben damit ein Problem, dass ich mit meiner Aussage die Gesellschaft teile. Denn es ist eine gesunde Aussage, weil ich einen gesunden Menschenverstand habe. Ich bin menschlich, was man von euch nicht behaupten kann. Denn die Mainstream-Sicht ist krank. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann schließt euch Mauert an. Denn Mauert ist das gerechte Land. Eine neue Zivilisation. Mauert heilt diese Generation. Mauert ist gesund für das Volk. Ich hab schon immer Gerechtigkeit gewollt. Eine neue Zivilisation. Mauert heilt diese Generation. Mauert ist gesund für das Volk. Ich hab schon immer Gerechtigkeit gewollt. Eure sogenannte Normalität ist krank. Das ist doch logisch. Die Individualität von Mauert ist ikonisch. Die Freak-Show hat begonnen. Das ist mein Auftritt. Dark Eye Canic ist für Mauert ein Aufstieg. Doch trotzdem ist die Dunkelheit mein Markenzeichen. Ich kann objektiv euch nur als krank bezeichnen. Doch ich handle, indem ich diese Texte schreibe. Und euch somit die Mainstream-Sicht austreibe. Eine neue Zivilisation. Mauert heilt diese Generation. Mauert ist gesund für das Volk. Ich hab schon immer Gerechtigkeit gewollt. Eine neue Zivilisation. Mauert heilt diese Generation. Mauert ist gesund für das Volk. Ich hab schon immer Gerechtigkeit gewollt.